Mit dem wahren Glauben verhält es sich wie mit einem Elefanten. Manche ertasten nur die Beine, manche nur den Rüssel und manche nur die Ohren. Und wer am After steht, wird mit dampfenden Exkrementen eingedeckt. Der Dalai Lama. Hallo, wir sind Gone and Stray Films. Florian und Johannes. Wenn euch der Film gefallen hat, dann hinterlasst uns doch ein Like oder abonniert unseren Kanal, um keine weitere Folge von der literarischen Auslese zu verpassen. Oder schreibt uns in die Kommentare, wenn ihr was wisst, was wir schon immer mal lesen sollten. Genau, wir werden uns auf jeden Fall jeden Kommentar durchlesen und wir lassen uns total gerne inspirieren. Versprochen. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. Okay, der war scheiße. Nochmal.